Und die Post ist weiter auf der Suche nach mehr Mitarbeitern. So will das Unternehmen die Zustellung von Briefen und Paketen wieder auf zuverlässige Beine stellen. Allerdings, die Post bietet aktuell für Vollzeitjobs Monatsgehälter von 1000 Euro brutto. Das Jobangebot der Post regt auf. Beim ORF haben sich Kritiker gemeldet. Um 1000 Euro brutto Gehalt pro Monat eine Urlaubsersatzkraft sei schon eine Frechheit. Ein Vater kritisiert, seinem Sohn müsse er noch etwas draufzahlen, um ihm den Ferialjob bei der Post schmackhaft zu machen. Fakt ist, die Post braucht Personal. Laut Gewerkschaft werden im Sommer mindestens 40 Urlaubsvertretungen benötigt. Bei der Generaldirektion der Post gibt man sich zuversichtlich und verteidigt den 1000-Euro-Gehalt. Es gehe zwar um Vollzeitjobs, aber eben für Ferialkräfte. Die derzeitigen Engpässe bei der Zustellung versucht die Post inzwischen mit 12 Mitarbeitern aus anderen Bundesländern zu lösen. Ihr Ortswechsel ist der Post 1000 Euro im Monat plus Spesenwert.